...und wir sehen noch einmal der Eschburg jetzt für der Stadtkommar 54 mit Horst in Klasse 11. Aber die Zeit für den Entspiel vor Altona. Sollte geht ihr denn weg und dann kann der wieder rein gehen. Das wird eben wohl gescheitert durch, ne? Hallo, 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 hier fiel ich doch gut. Also ja, das geht ja klar, das ist ein Angriff. Hier wird es. Jetzt will sie eh wieder so arrogant ist. Der Praktik, ein Erster der Medieter braucht im Parcours. Dann abgegeben. Wer hat das gesagt? Ne, hier. Gewinnt gerade mit dem dicken Ködel den Ahl auf. Also wäre es so... Jennifer gab screen. Wenn du Nations ennachst eine Luft soaja damit teilden habt ... Maureen 1,2, 3 ... ...und die Sicher partialität herbesaußen an den than PDF ist. und die eigene Vielen Dank. Und jetzt das letzte Dreier. Und jetzt mit Indy und nach der 54 startet die 24 als letztes. Und jetzt mit Indy und nach der 54-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour. Und jetzt mit Indy und nach der 50-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour-Jour. Die Warte hat aber nicht getraut, oder? Ganz ja, ne? Mit dem Not. Das ist auch eine Möglichkeit. Weck, 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 weck. Sehr schön. Unser erster Nullfehlerlauf heute in einer Zeit von 41,02 Sekunden. Ja, haben wir auch gesagt. 54, Ina Eschenburg und Indy. Ja. Wir sind kein Nuller gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was gut ist. Ja, also für eure Mannschaft sehe ich keine Hoffnung. Ja? Eure Mannschaft was mitmacht. Ja, wir werden lustig. Heigenhafen Null Points nennen wir uns. Das ist so geil. Sieger der Herzen. Schreit den Hund nicht immer an! Oh ja. Als Glück ist der Prokur zu Ende jetzt, Ina. ein Nullfederlauf in einer Zeit von... Pause! ...und 30,04 Sekunden. ...und so schnell. ...und so schnell. Du bleibst! Du bleibst! Bleib! Du bleibst! Letzt! Bleib! das war in der zeit von 26 unter 68